Und damit ein herzliches Willkommen zu Aliens Dark Descent. Das Spiel ist diese Woche rausgekommen. Ich glaube am Dienstag ist das gewesen. Ich habe das ein bisschen, ja nicht verpennt, aber auf jeden Fall hatte ich das nicht so ganz auf dem Schirm. Ich dachte, das wird Ende der Woche rauskommen. Und das Spiel ist so eine Mischung aus Aliens Isolation, XCOM und Aliens Fireteams habe ich gehört, wobei ich letzteres nie gespielt habe, aber sehr großer XCOM-Fan bin und bin daher megamäßig gespannt auf das Spiel. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal direkt damit an. Gehen nur mal in die Optionen rein. Und kurze Anmerkung hier, es gibt auf der Playstation 5, auf der spielen wir das Ganze, die Möglichkeit einen Qualitätsmodus bzw. einen Leistungsmodus auszuwählen. Ich habe mich jetzt für den Qualitätsmodus entschieden, da ich der Meinung bin, eine höhere Auflösung favorisieren zu würden gegenüber... Jetzt, hier steht zwar eine geringe Auflösung, aber ich vermute damit auch mehr Frames. Ich hoffe, das wird jetzt nicht nötig sein. Und dass ich damit in 30 FPS... Nehme ich mal an, dass es in 30 FPS auskomme. Ansonsten gehen wir nochmal hier zu Gameplay rüber. Da gibt es nämlich die Möglichkeit, das Spiel zu pausieren, während wir das Fertigkeitsmenü öffnen. Weil das Spiel wird wohl in Echtzeit ablaufen. Und da ich jetzt nicht so der Echtzeitexperte oder sonst was bin, würde ich das Spiel pausieren wollen. Das dynamische Tutorial würde ich auch einlassen. Die Feindgesundheit würde ich mal meinen, sehen wir, wenn wir das Fertigkeitsmenü öffnen. Und die Truppgesundheit. Da würde ich sagen, dass wir das so einstellen, dass wir die fehlende Gesundheit sehen. Das bedeutet jetzt, wenn unsere Soldaten bei voller Gesundheit sind, dann sehen wir keine Gesundheitsanzeige. Und sobald einer von denen Gesundheit verliert, sehen wir dann aber auch nur von demjenigen, dass er Gesundheit verloren hat. Und ja, ansonsten Steuerung gibt es jetzt nichts Großartiges. Insofern würde ich sagen, gehen wir hier zurück und sagen dann auch schon ein neues Spiel starten. Sagen wir den ersten Slot aus. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad einzustellen. Und ich würde sagen, wir lassen das Ganze auf Mittel und unten bei System Speichern auf Tolerant. Viele automatische Speicherungen sind zum Laden verfügbar und keiner hört sich schreien. Insgesamt sind zwei automatische Speicherstände verfügbar, die regelmäßig ersetzt werden. Einer während des Basismanagements, der Otago. Der andere bei Ruhepausen während Einsätzen. Ich denke, wir bleiben bei Tolerant und gehen auf Starten. Warnung! Aliens Dark Descent ist ein schwieriges Spiel mit einzigartigem Gameplay. Nimm dir Zeit und lies die Tutorials, um die Spielmechaniken zu verstehen und zu erfahren, wie man die Spielelemente einsetzt. Ein Kodex in der Assistentenregisterkarte erklärt das gesamte Gameplay. Dieser Assistent enthält ausführliche Informationen über verschiedene Elemente des Spiels und hilft dir dabei, alles besser zu verstehen. Lasst es krachen, Marines. Alles klar. Ich hoffe, das sind die Ladezeiten auf jeden Fall. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Und nochmal, tut mir wirklich leid, dass wir jetzt nochmal rein müssen, aber die Dialog-Laut-Stärke ist vielleicht auch besser. Und FX machen wir mal auch auf 80, das war jetzt doch alles ein klein wenig zu laut. Ich habe das gerade ein wenig unterschätzt, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe, das passt jetzt besser. So, jetzt machen wir uns aber mal hier ein bisschen weiter auf. Gibt schon alles sehr nett aus hier, unser Schiff, unsere Crew. Auf jeden Fall Haare auf den Zehen, wie man so schön sagen würde. Aber... Okay, rennen mit Viereck plus Viereck oder Quadrat plus Quadrat kannst du deinen Charakter rennen lassen. Renne zu deinem Büro. Okay, ich vermute, das wird dann später... Ziel abgeschlossen. Büro erreicht. Du bist in deinem Büro. Überführe für die Kameras... Was ich gerade sagen wollte, ist, ich kann mir vorstellen, dass das Rennen dann später Aliens unlockt, weil die unsere Kette hören. Das heißt, sehr wahrscheinlich werden wir sneaky, sneaky sein müssen. Interaktion. Wählen. Mit Viereck kannst du ein interaktives Element auswählen. Wähle die hervorgehobene Konsole aus, um sie zu benutzen. Okay, machen wir doch mal. Deinen Computer benutzen. Sobald du das interaktive Element ausgewählt hast, können verschiedene Interaktionsmöglichkeiten angezeigt werden. Wähle die Interaktionsoption, deinen Computer benutzen. Ja. Willkommen, Administrator Hayes. Ziel abgeschlossen. Okay. Erreiche den Aufzug. Der ist hier hinten. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Äh, irgendein Raum, der sauber gemacht wird. So. Selling the Labour Dispute on the Rally. Then you'll have to do. Gather a security team and come with me. Not a chance. McDonald just linked in. Told us you'd be stirring up trouble. Again. I ain't getting involved. Take it up with him. Thanks for nothing. Nimm den Aufzug. War das jetzt korrekt mit dem? Warte mal. Oder hat sie das jetzt automatisch? Achso, das geht dann automatisch an, sobald wir uns in den Fahrstuhl bewegt haben. Wir müssen also nicht Dreieck hier drücken. Äh, Andockbucht, ja. Karte. Öffne die Autokarte mit dem Touchpad, nehme ich mal an, oder? Ja, genau. So. MyEcos Standort oder MeCos Standort? Ist. Ja, oder? Ja. Ähm. Wird zusammen mit ihrem Erfassungsbereich und dem Kamerawinkel angezeigt. Also vermutlich der Kreis hier. Verstanden. Links auf dem Kartenbildschirm werden alle aktiven Ziele der Mission angezeigt. Du kannst das aktuelle Ziel auswählen, indem du darauf in der Liste der Ziele auf X drückst oder indem du ein Ziel auf der Karte auswählst. Verstanden. Oben rechts auf dem Kartenbildschirm werden alle Stockwerke des Standorts angezeigt. Du kannst das gewünschte Stockwerk auswählen, indem du auf dem Stockwerk-Symbol auf Dreieck drückst. Ebenfalls verstanden. Ähm. So. Wähle die Schaltfläche zurück, um die Sektorenkartenanzeige zu schließen. Ja, also einfach Kreis drücken und wir können einfach ganz normal hier so durchlaufen. Also, wir müssen... Supply Shuttle Bentonville is cleared for launch. Remember, all unauthorized breaks taken by non-officer grades will automatically be deducted from leave allowance. Okay. Help. Help. Me. Hey, wie jetzt? Die sind schon bei uns auf dem Schiff hier drauf? Was ist das Scheiße? Es geht ja direkt richtig los hier. Oh wait, es ist immer noch dieses Tutorial, was wir spielen, also. Dann wirst du überleben, ne? Nimm die Waffe, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Du kannst Dreieck in der Umgebung halten, um deinem Charakter zu befehlen, in die entsprechende Richtung zu leuchten. Diese Aktion wird dir helfen, interaktive Elemente hervorzuheben. Besser, seine Pistole. Ich hoffe, was da drin ist, weiß nicht, warum ich nicht auf Scheiße schaue. Waffe genommen. Sieht aus wie von der Plattform. Schau dir das doch mal an. Reiche die Plattform. Ja, und irgendwo ist hier ein Alien, was uns den Garaus machen möchte. Auf jeden Fall nichts Gutes, ne? Bei so vielen Toten. Also ganz ehrlich, hier sind so viele Tote und alles. Und sie hat nur eine Pistole. Und denkt sich, hm, ich sollte mal überprüfen, was da hinten los ist. Mit einer Pistole. Und vermutlich ohne militärische Ausbildung. Und bei zwölf Trillionen Toten. Ja, genau das sollten wir machen. Uns das angucken. Was ist all this? Das ist nicht Trimonite. Ja, da ist irgendwas drinne. Wir sollten hier abhauen. Danke. Also lauf bloß hier... Schnipp dir das Schweißgerät von dem toten Arbeiter. Okay. Ist jetzt die Frage, werden wir angegriffen von dem Ding? Ja. Ob wurde im Einsatz getötet? What? What? Hä, what? What the fuck? Äh, ja. Okay, das äh... Das kam jetzt doch unerwartet. Aber... Muss ich jetzt einfach rennen, oder? Oder vielleicht lag das einfach wirklich daran, dass ich gerade so langsam war und nicht gelaufen bin? It's time to get it sealed up. Whatever that thing is, can't shoot its way through a door. Together, Michael. So, jetzt rennen wir mal hierher. Oh no. Okay. Du kannst mit Türen interagieren. Ja, vielleicht lag es gerade wirklich daran, dass wir nicht gelaufen sind. Obwohl es trotzdem irgendwie gerade total strange war. Du kannst mit Türen interagieren. Drücke bei einer Tür auf Dreieck, um ihre Interaktionsoption zu öffnen. Ja. Luftschleuse der Landezone verschweißen. Kosten ein Werkzeug. Ein Werkzeug ist übrig. Das Verschweißen einer Tür verhindert, dass Feinde hindurchkommen, bis sie die Tür aufgebrochen haben. Das Verschweißen einer Tür verbraucht ein Werkzeug. Wähle die Interaktion Luftschleuse der Landezone verschweißen, um deinem Charakter zu befehlen, die Tür zu versiegeln. Das Verschweißen einer Tür verhindert, Das ist nicht wunderschön. Was hat Luschen getötet und verletzt. Power Failure. Power Failure. Engage in Emergency Generators. Was hat gerade passiert? Das Grandzeit. Am nächsten Mal. Was mir bisher nicht so gut gefällt, ist die Tatsache, dass trotz der Einstellung, dass die Musik ausbleiben soll, in den Cutscenes trotzdem Musik gespielt wird. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein Bug ist, weil viele sagen, dass das Spiel verbuggt ist. Ich glaube aber, das sind pre-rendert Szenen und die haben die natürlich mit der Musik gemacht. Es ist halt die Frage, ob ich das rausschneiden muss oder nicht. Muss ich mal schauen. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Was passiert da? Otago? Die Colonial Marines. USS Otago. Das ist Administrator Hayes. Es gibt eine Art von Infestation. Otago, du musst die Benvenvillen unterhalten, bevor es die System verlassen kann. Kannst du mich hören? Otago? Bitte, copy. Ist alles okay? Bitte, copy. Ich muss den Bezug auf die Schmerzen. Ich kann ihn nicht ausfüllen. Ich muss den Bezug auf die Schmerzen. Ich muss den Bezug auf die Schmerzen. Ich bin ja von hier hinten gekommen, da ist alles zu. Das ist halt die Frage. Da kann ich ja nicht lang, ne? Ja, ja, wie es aussieht auch nicht. Oder soll ich hier wirklich da lang? Aber da komme ich doch. Aber da ist alles grün. Und grün bedeutet, da können wir durch. Oder warte mal, irre. Kann es sein, dass ich mich irre? Vielleicht sind wir auch von der roten Stelle gekommen. Das kann auch sein. Gerade ein klein wenig irritierend. Ich muss den Bezug auf die Schmerzen. Ich muss den Bezug auf die Schmerzen. Geh weg! Du hast ihn direkt zu uns gebracht. Öffne die Schmerzen! Keine Chance! Es bleibt die Schmerzen! Du denkst das hilft? Sie sind in die Schmerzen. Schmerzen? Schmerzen! Schmerzen! Lewis! Alter! Ich habe mich gerade echt erschrocken bei dieser Scheiße. Was kann ich denn hier machen, ne? Ich kann hier nichts machen. Also muss ich hier unten lang. Was ich irgendwie so komisch finde, ist, warum muss ich Dreieck drücken, damit sie Licht macht? Sie hat doch die Lampe da an. Warum... Warum leuchtet er nicht von sich aus? Alles aus. Manning? Manning? Es ist da! Es ist wunderschön! Manning! Du kannst hier nicht stehen! Nein! Nein! Ich kann mich hier nicht sehen! Geh weg! Geh weg! Okay! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ähm... Okay, ich glaube, wir müssen dann hier so durch, da lang und hier runter. Die Frage wäre ja, was passiert, wenn wir versuchen würden, jetzt hier rumzulaufen, um das Schiff zu erkunden? Aber wir lassen das Ganze mal. Was finde ich cool, dass, ähm, wenn ich mich umdrehe, sie trotzdem da hinläuft, rückwärts, wohin ich halt gesagt habe, dass sie hinlaufen soll. So, dass sie sich dann umdreht und nicht einfach stehen bleibt, oder keine Ahnung. Das ist echt cool gemacht. Wobei es auch gerade echt mega... ...spannend ist. Boah... Ich habe ein bisschen Angst, da jetzt durchzugehen, weil irgendwie... ... Ja. Daniel, our planetary quarantine protocols, they're still operational, aren't they? I do believe so, Deputy Administrator. What do I do? Those things have to come from the planet. If even one gets off-world. No, there's no choice. I can stop them. Deputy Administrator, you're only following the Weyland-Yutani containment procedures. The Cerberus Protocol was specifically designed for a situation like this. What you're doing is only right. Right, yes. Okay. Was tun wir jetzt als nächstes? Wir sind ja jetzt hier der Winner. Wir sollen aber dorthin. Das heißt, wir müssen eigentlich wieder zurück. Der Roboter war natürlich keine große Hilfe. So, unser neues Ziel oder das aktuelle Ziel ist ja jetzt erreiche den Cerberus-Raum. Sieht auch gerade so ein bisschen Star Wars-like aus, finde ich. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht wieder irgendwie ein Alien, was uns killt. aber es kommt ein Glück. Aber es kommt jetzt aus. Das heißt, wir brauchen keine große Hilfe. Wir sind die Stufe, wenn wir es verlieren. Und wird es berähnen. Das heißt, wir brauchen alle 300 Leute noch auf. High-orbit interdiction radius, please confirm command. I am so sorry. Cerberus protocol activated. Purging contaminant vectors. Stand by, stand by. Engaging targets. It had to be done. 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 Dann haben wir jetzt die anderen Schiffe kalt gemacht, aber unseres nicht, oder was? Oh, ich dachte, sie macht auch unseres Schiff. Damit halt nichts überlebt. Hm. Okay. Feinderkennung. Wenn dein Trupp auf einen Feind trifft und noch unentdeckt ist, erkennt der Feind deinen Trupp nicht sofort. Die Entdeckungsverzögerung wird durch eine gelbe Linie angezeigt, die vom Feind zu einem deiner Truppmitglieder verläuft. Okay, das heißt gelbe Linie, wir sind unentdeckt. Die Linie wird nach und nach rot und wenn sie vollständig gefüllt ist, wird der Trupp entdeckt. Okay. So, Deckung. Du kannst deine Entdeckung vermeiden, indem du dich hinter einer Deckung versteckst. Deckungspunkte sind auf dem Boden mit einem kleinen grünen Viereck neben deinem Mauszeiger markiert. Also schön, dass die Mauszeiger sagen, obwohl wir auf der Konsole sind, also. Ähm. Okay. Aber ich glaube, hier, das ist gemeint, oder? Hier ist ein grünes Viereck auf dem Boden. Hier ist ein grünes Viereck auf dem Boden. Da ist ein grünes Viereck. Hier war auch eins, aber hier ist natürlich... Okay. Drücke Viereck, Viereck, um zum angegebenen Bereich zu rennen und in Deckung zu gehen. Machen wir mal. Achso. Okay, Deckung verstecken. Wenn du in Deckung bist, kannst du dich verstecken, um nicht entdeckt zu werden. Gehe mit deiner Deckung in die Hocke. Okay. Ach, nö. Jetzt ist der hier... Oh, krass, ey. Hab ich hier ein Stealth-Game, oder was? Ich wette, ich werde es verhauen. Okay. Grünes, äh... Grüner Schild bedeutet auf jeden Fall, er kann uns nicht sehen. Oh nein, das wird gelb. Okay, sehr gut. Bloß nicht entdecken. Wo ist denn der... der Xeno? Und wir sollen dorthin. Okay. Okay. Boah. Krass, 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 krass. Nein, 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 nein. Oha. Gerade in letzter Sekunde. Was? Okay, wo ist denn der jetzt? Der ist jetzt dort drüben. Das heißt... Er sieht uns... Oh, da... Oh, nein, 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 nein. Bloß nicht. Willst du mich verarschen? Okay. Come on, we'll cover you. Shut that door, shut that door! We've lost contact with the Otego. Well, that's just great. I'm Sergeant Harper, USCM. You? Hey, he's, uh, Deputy, Deputy Administrator. You're from the Otego? Yeah. What the hell was that thing? It was... Everyone's dead. It was on one of the cargo shuttles. Alright, people. We're falling back to the drop ship. Hunslet, we're rolling to you. Copy. Yeah, endlich nimmt das Ganze ein bisschen Fahrt auf. Jetzt haben wir hier auch drei Marines. Harper, Latima oder Latima. Latima und Ruiz. Okay, Grundlagen. Von nun an steuerst du den Trupp deiner Marines als einzelne Einheit. Wenn du dem Trupp befiehlst, eine Aufgabe zu erfüllen, wird ein Marine aus dem Trupp automatisch ausgewählt, um sie auszuführen. Ja, verstanden. Okay, das heißt, dann, äh, muss ich hier noch irgendwas... Ja, ich muss natürlich auch hier weiterhin mit ihr ausleuchten. Okay. Wer hätte das gedacht, ne? Äh, bum, 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 bum. Jetzt sind wir hier. Hier, wir können ganz normal laut Karte dorthin laufen, oder? Muss ich denen jetzt auch sagen, äh, wenn ihr irgendwas seht. Ja, was haben wir denn hier drinnen? Können wir hier einfach reingehen? Und irgendwas Großartiges hier machen, eigentlich? Einfach nur groß Interesse halber gefragt. Ähm, nö. Gut. Folgen wir mal weiter den Zielen hier. Aber ich trau mich gerade nicht zu rennen, weil ich Angst habe, dass ich dann jede Menge Gegner auf mich hetze. Aber es ist auch gerade ein bisschen merkwürdig, weil ich würde jetzt davon ausgehen, dass unten links in der Anzeige die grünen, ähm, grünen, äh, Leisten unsere Lebensanzeige sind. Und ich hab gedacht, ich hab die nur eingestellt, dass wir die sehen, wenn die Marines verletzt sind. Ich gehe ja aber davon aus, dass wir ja aktuell bei voller Gesundheit sind. Und trotzdem wird mir das angezeigt. Hm. Das könnte jetzt auch ein Bug sein. Vielleicht. Möglicherweise. Ich weiß es nicht. Aber wir werden das mit Sicherheit herausfinden. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Was ist denn hier? Hier muss doch irgendwas sein. Come on. Och, ey. Ernsthaft? Hier ist ja nix. Hm. Okay. Schade. Ich dachte jetzt, die Überlegung war, weil wir halt den Raum nicht gesehen haben, weil alles schwarz war, dachte ich, vielleicht, wenn wir hier reingehen, dann sehen wir irgendwas richtig krasses. Irgendwie Ruhen oder Kisten oder irgendwas zum Aufmachen oder neue Mitglieder. Ähm. 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 kommen wir nicht durch wegen dem feuer also müssen wir jetzt hier unten lang gehen bewegungs tracker der bewegungs tracker zeigt alle beweglichen einheiten innerhalb eines radios von 60 metern durch einen weißen punkt an ja das sehen wir ja da unten auf der karte ja stand und Also da drinnen ist jetzt irgendetwas. Scheiße! Nein! Oh, um Gottes Willen, ey. Eigentlich will ich da jetzt nicht rein, aber wir müssen natürlich. Scheiße. No, you don't understand. It's here. It's here. Light it up! What? Grundlagen des Schießens. Marines sind dazu ausgebildet, automatisch das Feuer zu eröffnen, wenn sie von Feinden entdeckt werden. Oh, okay. Sie eröffnen auch dann das Feuer, wenn sie gerade gehen. Während des Rennens können die Marines ihre Waffen allerdings nicht benutzen. Okay, das heißt, wenn wir gehen, können wir Rennen nicht gut zum Schießen. Damn. Was bedeutet oben die 12? Haben wir nur 12 Munitionen oder was? Oder 12 Magazine? Ich hoffe, das bedeutet sowas wie 12 Magazine. Weil unten sehe ich ja eine 98. Bedeutet das bestimmt 98 Schuss, oder? Ja. Heilige Scheiße. Also alle haben ja gesagt, die das Spiel gespielt haben, das ist ja mega... Also intensiv. Oh ja, das ist richtig intensiv das Spiel. Weil wenn man dann mit den Filmen, mit den Alien-Filmen halt was anfangen kann. Habt ihr ja auch unzählige Male mittlerweile geguckt. Die einen etwas besser, die anderen etwas schlechter. Boah, krass. Granate. Okay, deine Marines können auf Fertigkeiten zugreifen, mit denen sie besser auf verschiedene Bedrohungen reagieren können. Du kannst das Fertigkeit-Menü öffnen, indem du auf R2 drückst. Okay, das heißt dann R2. Ah ja, okay, jetzt sehen wir oben. Drei von drei, das sind dann die Granaten. Wähle im Fertigkeitsmenü die Fertigkeit Granatwerfer U1. So, was haben wir denn da? Der am nächsten Stehende mit einem Granatwerfer ausgerüstete Marine feuert eine Granate ab, die Schaden am ausgewählten Ort verursacht. Innenexplosionen 10 bis 20, Außenexplosionen 6 bis 10. Ja, also ich vermute jetzt hier. Jetzt einfach X oder? Ah ja, okay. Ah ja, okay, I see. I see, I see, I see. Also im Sommer ist es ungefähr so. Boah, krass, richtig gut platziert gerade. Der Granatwerfer U1 verursacht in einem Bereich gewaltigen Schaden. Seine Nutzung kostet ein Befehlspunkt. Ah, okay, das sind oben Befehlspunkte. Aber gut. Drei Befehlspunkte, drei Granaten. Ja, whatever. Befehlspunkte sind eine Ressource, die du ausgeben kannst, um Fertigkeiten einzusetzen. Befehlspunkte werden im Laufe der Zeit aufgefüllt, bis die maximale Kapazität erreicht ist. Wenn du deine Marines verbesserst, kannst du diesen Maximalwert später erhöhen. Ja, das hoffe ich doch. Wir brauchen diesen Elevator. What the fuck? What's going on? Öffne das Fertigkeitenmenü mit R2, ja. Granatwerfer. Okay, wähle die Fertigkeit Unterstützungsfeuer durch die Verwendung von L und R1 im Fertigkeitsmenü. Da kommt die Müdigkeit gerade in mir ein klein wenig durch. Aber das Tutorial ist auch demnächst mal vorbei. Unterstützungsfeuer. Der Marine deckt einen ausgewählten Bereich ab. Innerhalb dieses Bereichs bewegen sich die Feinde mit 70% ihrer ursprünglichen Geschwindigkeit. Die Feuerrate des Marines wird verdoppelt, aber dafür verringert sich seine Treffsicherheit um minus 20 Punkte. Muss zu beenden manuell abgebrochen werden. Der Marine, der Unterstützungsfeuer ausführt, kann nicht rennen. Ganz ehrlich, ich will das gar nicht benutzen. Also wozu? Muss ich das jetzt benutzen? Kann ich einfach Kreis drücken? Okay, dann. Feinde, die einen Bereich unter Unterstützungsfeuer betreten, erleiden einen gewaltigen Nachteil auf die Geschwindigkeit. Die Feuerrate des schießenden Marines ist stark erhöht, aber seine Treffsicherheit ist niedriger und er kann nicht rennen. Diese Aktion verbraucht einen Befehlspunkt. Dealer auf den angegebenen Bereich und bestätige mit dem, was findest du. Okay, ja, das wollen wir doch machen. Getting closer, closer! Wait for my order! Steady! Steady! Daniel! Daniel, is that you? Administrator Hayes, where are you going? We're getting to safety, Daniel. Please, come with us. I'm afraid I can't permit that. Severus' Protokolls are in effect. I know, but we can't stay. It's not safe. The protocols are clear. Nothing in, nothing out. I'm sorry, Administrator Hayes. Stand down! Quarantine breach in progress. Deadly force authorized. Bring it down! What the hell was that? I... I don't know. I've never even heard Daniel raise his voice. Since, man. Creepy little fuckers. Ja, definitiv. Vor allem auch so krass, ne? Dass sein Oberkörper von seinem Unterkörper da und dann, äh... Versucht er da weiter zu krabbeln. Boah, krasser Scheiß, ey. Ähm... Gehen wir mal in die andere Bucht. Also, so weit kann ich echt sagen. Die Atmosphäre ist ja wirklich mega gut eingefangen von den Filmen. Wirklich richtig intensiv. Fällt mir richtig gut. Hey, was ein Müll. Fuck! Incoming! Ah! Hold still, I'm... Oh, no. What? Its blood is... Some kind of acid. Fuck! What kind of blood type is that? Keep your distance, Marines. Latimer, you fit to move? I'm... Not dying here. Alright, let's get off this damn station. Ja, bitte. Ich will endlich hier weg. Äh... Xenomorph, Säure-Explosion. Wenn ein Xenomorph stirbt, besteht eine Chance, dass er in einer Säure-Explosion zerplatzt, wodurch bei allen Marines in der Nähe einen Punkt Schaden verursacht wird. Wenn die Marines können gleichzeitig gehen und schießen, also bewege dich stets in die entgegengesetzte Richtung der Xenomorfe, die auf dich zukommen. Naja, klar, um den Abschnitt halt größer zu halten und den dann halt unter Feuer zu lassen. Ja, okay. Ah, okay, jetzt sehe ich... War ganz ehrlich, das ist doch total lächerlich, dass das jetzt... Die Einstellung, das bewirkt, dass wir hier oben die Anzeige sehen, aber hier unten ist sie doch unten, links ist sie doch die ganze Zeit sichtbar, also... Was sollte jetzt bitte die Einstellung... Menü... Also... Naja, gut. Belassen wir es mal dabei. Oh, okay. Jeder Marine hat einen eigenen Gesundheitsbalken. Der Gesundheitsbalken besteht aus folgenden Elementen. Leben wird durch Gesundheitspunkte angezeigt, Rüstung wird durch weiße Rüstungspunkte angezeigt. Ja, die beiden Sachen. Wenn die Gesundheit eines Marines auf Null fällt, geht er entweder in einen kritischen Zustand über, oder er stirbt. Hoffen wir mal, dass wir nicht so viele Leute zum Sterben animieren. Oder beziehungsweise sie nicht unter unserem Kommando sterben. Verletzungen. Wenn die Gesundheit eines Marines auf zwei Gesundheitspunkte fällt, erleidet er eine leichte Verletzung. In diesem Fall hat ein Marine eine Beinverletzung, was seine Bewegungsgeschwindigkeit verringert. Die Auswirkungen leichter Verletzungen sind im Kodex beschrieben. Interagieren. Wähle den verletzten Marine, um sein Interaktionsmenü zu öffnen. Ja. Und dann, du kannst einen verletzten Marine heilen, indem du die Interaktionsoption Erste Hilfe auswählst. Daraufhin wird ein anderer Marine zu diesem Marine gehen und die Interaktion Erste Hilfe ausführen. Diese Interaktion verbraucht eine Einheit Sanitätsartikel. Wähle die... Okay. Ja, aber sie hat zwar jetzt wieder Gesundheit wie die anderen, aber dafür hat sie zwei Rüstungspunkte verloren, was natürlich uncool ist irgendwo. Ein Stück weit, würde ich sagen. So, deine Marines können auf Fertigkeiten zugreifen, mit denen sie besser auf verschiedene Bedrohungen reagieren können. Du kannst das Fertigkeitsmenü öffnen, indem du auf R2 drückst. Ja. So, wähle die Fertigkeit Schrotflintenschuss, indem du... Ja, ja. Okay, ein Schrotflintenschuss verursacht mäßigen Schaden und betäubt getroffene Feinde in seinem Radius. Okay, verbraucht einen Befehlspunkt. Okay. Aber unsere Munition geht langsam auch. Also, der Harper, der hat... ...nur noch 48 Schuss. Ich hoffe, ich habe wirklich oben 12 Magazine, dass es das bedeutet. Ansonsten sind jetzt 48 Schuss vermutlich nicht viel. War auf jeden Fall mehr als die Hälfte, die wir jetzt verbraucht haben. Schön heftig. Hat der irgendwie sowas wie so einen sechsten Sinne, oder? Woher weiß er immer, dass Gegner kommen? Wenn du das Gelernte jetzt an, um zu überleben, ein Befehl, eine Marine-Unterstützungsfeuer auszuführen. Ja, hä? Aber wohin? So. Ich würde mal sagen, Unterstützungsfeuer... ...den Latimer. Während des Tutorials nicht verfügbar. Während des Tutorials nicht verfügbar. Auch nicht verfügbar. Ich muss einfach nur so drücken. Unterstützungsfeuer. Ja. Ja. Ich weiß, was mache ich jetzt. Ich weiß, was mache ich jetzt. Ich weiß, was mache ich jetzt. Oh, meinjehr. Oh, meinjehr. Oh, meinjehr. Otago, das ist Harper. Du verstehst du? Hunslet, kannst du uns unterstützen? Keine Weise, Sarge! Zwischen dem Debris und der Decayung Orbit? Death-Trap! Dammit. At least die Plattformen sind uns alleine. Sie sind für Planeten Quarantäne. Aber Lethe muss operativ sein. Low Orbit ist sicher, aber es ist eine Zahnung. Cerberus wird verraten alles, was er versucht zu gehen. In beiden direkten. Cerberus, oder? Sie wissen viel darüber. Ich weiß alles darüber. Ich bin Pioneer Station. Das ist mein Job. Ja, du weißt, warum ich die Otago entschieden habe? Ich... Ich weiß nicht. Systems failure, vielleicht? Du hast gesehen, die Station zu sehen. Shit, da ist sie. Fuck, folgen sie, Hunslet. Keine Probleme. Feuerball wie das ist schwer zu verlieren. Aufhome ist ein Großartesbilder. Ich weiß nicht. Es ist schlecht. Ich weiß nicht, was es ein Großartesbilder und Lloyd speebel. Ich glaube, es ist für ein Millionen Wshow. Ich weiß nicht, was es ist nicht möglich. Du hast heißtилли laut. Dann bin ich, nicht mehr so schnell. Ich weiße nicht. Aber ich kann. Es ist nicht mehr so schnell. Ich kann. Jetzt habe ich auch so schnell. Deine Frau Köln. Bede. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann vielleicht, vielleicht können wir darüber sprechen, dass das passieren wird. Bis dann, wir save everyone we can. Wir sind Marines. Das ist der Job. So, das heißt, wir haben dann auch eigentlich unser Tutorial jetzt beendet, weil wir auf dem Befehls-Stack angekommen sind. Ich würde auch meinen, dass wir dann beim nächsten Mal weiter machen. Wobei, Basis-Management-Lerie wird das mal ganz kurz durch. Bis jetzt auf der USS Otago. Die Otago ist nach der Aktivierung des Kerberos-Protokolls abgestürzt. Sie dient deinen Marines zwischen den Einsätzen als Operationsbasis. Verstanden. So, ja genau. Wir können jetzt hier auch entsprechend pausieren. Das heißt, ich würde jetzt auch an der Stelle dann entsprechend einen Cut machen und damit das Tutorial erstmal offiziell beenden. Und dann mit dem, bei der nächsten Folge unseren ersten offiziellen, richtigen Einsatz dann angehen. In diesem Sinne, bis dahin und vielen Dank fürs Zusehen.